Herzlich Willkommen bei MetalAlterTV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger. Und Saitatio Mortis haben ja schon mit Finch kooperiert und was zusammen gemacht, mit Eskimo Callboy, mit sämtlichen Mittelalter-Bands, mit Hämatom. Ach, mit anderen Schlagergrößen. Und jetzt auch mit Mia Julia. Falls ihr Mia Julia als Schlagersängerin nicht kennt, aber euch das Gesicht bekannt vorkommt, da habt ihr bestimmt das ein oder andere Erwachsenen-Filmchen schon gesehen. Oder irgendwelche Big Brother-Sachen, wo sie auch drin war. Ja, bevor wir über Saitatio Mortis und über Mia Julia quatschen, Schauen wir uns das Video an zu heute Nacht. Saitatio Mortis featuring Mia Julia. Ich würde sagen, los geht das. Der Abend legt sich auf die Straßen, grau Asphalt im Lichterschein. Lass uns zusammen noch ne letzte Runde drehen, keiner will heute alleine sein. Und tanzen können die beiden, ja. Wir halten fest, was uns verbindet, und lassen los, was uns noch trennt. Und so stehen wir wieder hier, trinken dort kein Schill und Bier. Denn die Welt begann zu glittern, wenn man sie durch Tränen sieht. Und ist das Glas halb leer, scheiß drauf, wir bestellen mehr. Denn heute Nacht kann die letzte sein. Heute erst gehört uns ganz allein. Ja, bei Mia Julia muss es ganz auf. Die Frauen und die Kleid am Tränen ist, damit man ein bisschen rüllen kann, damit das Badermann dort kann. Wurde von ihrem Schwarm versetzt. Der Typ daneben will seit Jahren weiter ziehen. Am liebsten heute, hier und jetzt. Dabei riecht alles so vertraut hier. Genau in diesem Augenblick Weil man beim Träumen dann vergisst, was man vermisst Wenn man gemeinsam einsam ist Und so stehen wir wieder hier, trinken dort kein Schillpapier, wenn man sie durch Tränen sieht. Scheiß drauf, wir bestellen noch viel mehr Und ist das Glas halb leer Scheiß drauf, wir bestellen mehr Denn heute Nacht kann die letzte sein Heute Nacht gehört uns ganz allein Und ist das Glas halb leer Scheiß drauf, wir bestellen mehr Denn heute Nacht kann die letzte sein Heute erst gehört uns ganz allein Ja, Saltatio Mortis Mit mir, Julia Heute Nacht Besser als erwartet Ganz ehrlich Ich hab Nicht so ein geiles Lied erwartet Also Ich hätte jetzt eher so Weiß ich nicht So wie dieses Finch-Lied Oder so Das mir gar nicht gefällt Oder Ja, so Ballermann-mäßig Mia Julia halt Aber Nee, war richtig gut Hat mir gut gefallen Das Lied Einfach mal War ein bisschen deep So, ne Klar Heute Nacht kann die letzte sein Aber Scheiß drauf, wir saufen Könnte mein Motto sein Aber nee Tatsächlich Sehr gut umgesetzt Ich finde Das macht richtig Das kann man richtig gut hören Und Hätte ich jetzt nicht gewusst Dass das Mia Julia ist So Und ich hätte sie jetzt auch nicht gesehen Hätte auch sonst Irgendwer Irgendeine Rocksängerin sein können Also ich muss sagen Richtig Richtig gut Ne Naja Sonst Der Der Zug hat keine Bremse So von Mia Julia Oder so Kennt ihr vielleicht Oder Ne Heute mach ich einen Mann aus dir Falls ihr Mia Julia kennt Ja Ich hab Tatsächlich War ich mal mit einer Freundin Auf einer Auf einer Ballermann Party Ja War ich auch Da gibt es auch ein Video von In meiner Playlist Bei meiner Tigger on Tour Playlist Da war ich auf so einer Ballermann Konzert Mallorca Sonst was Zeugs Da war auch Mia Julia da Und Er hat da auch gesungen Und Ja ich hatte da meinen Spaß Ich mein Die hat dann hinterher Stand so Bar Busig Auf der Bühne Guckt man ja auch mal gerne hin Bin ich ehrlich Aber Ich hab gehört Das macht die gar nicht mehr Aber Ja Also ich fand es gut Jetzt Also nicht nur das Bei der Mann Party Das hat mir auch gefallen Wo ich eigentlich tendenziell eher der Freund von Metal Veranstaltungen bin Aber Man kann ja auch mal an Ich feiere ja auch gerne Karneval Gebe ich ja ganz ehrlich zu Ich als gewürdiger Aachener Da muss man Karneval mögen Alaph Oder Hello Je nachdem wo man herkommt Aber da ist Und das heißt Karneval Nicht fassen So Aber jetzt sind wir bei Saltatio Mortis Featuring Mia Julia Das Lied hat mir richtig gut gefallen Ganz ehrlich Muss ich sagen Hätte ich Nicht gedacht Wirklich nicht Dass mir das So gut gefällt Wenn ihr Saltatio Mortis Live sehen wollt Sind Auf Tour Am 9.11. in Berlin Am 10.11. in Leipzig Am 11.11. und 12.11. in Wiesbaden Am 17.11. in Geiselwind 18.11. in München 19.11. in Wien 22.11. in Hamburg 24.11. in Ludwigsburg 25.11. in Bochum Vielleicht werde ich da hingehen Mal schauen Am 1.12. in Hannover Und am 2.12. in Zürich Sind sie zu sehen Vielleicht dann noch Auf dem ein oder anderen Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt Weiß man nicht Auf dem Wie heißt der Lichter Weihnachtsmarkt Vielleicht Kann sein Keine Ahnung Da könnt ihr auf jeden Fall Saltatio Mortis Auf der Taugenichtstour sehen Und ja Heute Nacht Saltatio Mortis Mia Julia Ihr könnt ja auch streamen Überall wo ihr es streamen wollt Und wenn ihr mehr über Mia Julia Oder Mia Magma Wie sie als Darstellerin der Erwachsenenfilme heißt Sehen wollt Könnt ihr das Ganze gerne mal googlen Da werde ich nichts verlinken Müsst ihr selber suchen Ich sag mal so der Ich kann mal so ein paar Filmtitel vorlesen Von ihr Die Filmografie Ne Lese ich jetzt nicht Sonst wird das Video hier gesperrt Könnt ihr euch mal anschauen Die hat auch einen Wikipedia-Eintrag Und Saltatio Mortis Das kennt man ja sowieso Macht Spaß Das neue Zeugs Irgendwie haben sie mir Zwischenzeitlich War das irgendwie gar nichts für mich Und dann wieder doch Und dann haben wir einige Sachen Macht Spaß Andere Sachen nicht Ich mag ja mehr die alten Sachen Als halt noch Mehr Mittelalter Rock Gemacht haben Mittlerweile finde ich Es ist kein Mittelalter Rock Sondern Deutschrock Mit Nudelsäcken Vom Prinzip her Aber das Lied Hat mir jetzt schon gefallen Bin ich ehrlich Weil Ich finde Die alten Sachen besser Ja man darf Die alten Sachen besser finden Man darf die neuen Sachen besser finden Mir gefällt das alte Messer Aber trotzdem Ich finde es gut Und das ist ein wunderschönes Schlusswort Würde ich sagen Habt mal einen schönen Tag Trinkt extrem viel Kaffee Zieht euch warm an Es wird kalt